Hallo Welt! Da sind wir zum ersten Mal hier in unserer neuen Serie, Vlog of Fame. Ja und in dieser Serie geht es nicht um mich, nein, liebe Welt da draußen, es geht um euch als Spender. Ihr habt sehr fleißig gespendet, ich habe das Geld fleißig gehortet und es ist natürlich, wie von euch gewünscht, in den Kanal geflossen. Deswegen haben wir jetzt dieses Bild, wir haben dieses Licht und dieses Licht und wir haben, ja gut, auch im Computer haben wir jetzt eine größere SSD-Platte, eine ungefähr fast fünfmal so große Platte wie vorher, also 500 GB und vorher waren das glaube ich 100 oder 120, aber das wird ja mal runtergerechnet. Das ist neu! Die Hardware ist neu, die, die Maus ist noch nicht neu, die, wie heißt denn das? Hardware. Das Ding, was man so reinsteckt. Und danach funktioniert gar nichts mehr. Ja doch, das hat sehr gut funktioniert. Neue Hardware nämlich ist auch angekommen, ja vor geraumer Zeit schon. Ich hatte glaube ich Fallout 4 mich da schon mal bedankt, aber ich fand das jetzt eigentlich nicht so schön, das so beiläufig zu machen. Ich finde, da gehört mehr zu und ich finde, da sollte man sich richtig bedanken für und das versuche ich jetzt mit diesem Video eigentlich, aber vor allem auch ein Video war mir wieder zu wenig. Nein, es soll eine richtige Serie daraus werden. Oh, das Schnipsen muss ich glaube ich nachher runterregeln. Irgendwie muss ich hier sowieso was zusammenschneiden. Wie heißt denn das, was ich jetzt da eingebaut habe noch? Doppelt so viel Arbeitsspeicher, ganz genau. Doppelt so viel und ich muss sagen, Zacki, du hast sehr viel gespendet. Schon am Anfang des Jahres, ich glaube sogar schon am Ende des letzten Jahres ging es los mit deinen Spenden. Dadurch sind schon neue Titel angeschafft worden, was mich sehr gefreut hat und was sehr schön ist. Dann hast du, Zacki, uns auch noch einen ganz besonderen Titel zukommen lassen. Auch das dafür vielen lieben Dank und nicht nur den Titel, du hast auch noch den Season Pass mit dazu geschenkt. Also alles ist angekommen und ich hoffe, dass ich an diesem längeren Wochenende, dass ich da dann endlich mal dazu komme, diesen Titel auch zu produzieren. Denn der liegt glaube ich schon seit Februar hier. Jetzt haben wir Juni oder Mitte Juni fast schon und es ist mir doch sehr unangenehm, dass es bis jetzt nicht geklappt hat mit diesem Titel. Normalerweise und das werde ich auch in Zukunft hoffentlich dann immer so machen können. Okay, alles wird nicht gehen, da ich nur am Wochenende produzieren kann. Normalerweise werde ich es dann aber so versuchen hinzubekommen. Wenn irgendwie ein Titel mich erreicht von euch, wenn ihr mir was zukommen lasst, dann werde ich versuchen, das den anderen vorzuziehen. Und dann kann es auch mal sein, dass Skyrim Fallout oder was gerade sonst so noch läuft, dass da vielleicht mal eine Woche dann Pause ist und dafür dann die gespendeten Titel erstmal kommen. Denn ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, Mensch der Titel, der Titel, ich unbedingt den habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf und bis jetzt habe ich noch nicht eine Folge aufgenommen. Schande auf mein Haupt. So war es nicht geplant. Geplant war es damals auch direkt nach der, nachdem du mir den Titel hast zukommen lassen, beziehungsweise diesen Code, den man da so eingeben kann dann bei Steam. Geplant war es direkt drauf. Da hatte ich gut produziert vorher und hatte dann tatsächlich ein bisschen Zeit. Allerdings hatte ich da, vielleicht hat man es in den Kommentaren dann gelesen, dieses Blue-Screen-Problem mit dem Computer. Nun, Ausreden hat man immer, oder? Ich sage mal, das ist unverzeihlich, dass ich so lange, so lange damit gewartet habe. Aber das soll jetzt kein Entschuldigungsvideo sein. Ich möchte mich jetzt auch nicht entschuldigen. Tut mir leid. Und so ist es eine Information, dass es eben nicht geklappt ist. Tut mir leid natürlich. Aber Gegenstand dieses Videos, nämlich Vlog of Fame. Ja, Gegenstand dieses Videos sind eure Spenden und ich möchte mich dafür bedanken und nochmal sagen, dass die Gelder natürlich in den Kanal fließen und damit viele neue Serien vielleicht demnächst entstehen werden. Ich hoffe darauf, dass mehr Vlogs auch entstehen werden. Da ist auch seit ganz langer Zeit schon was geplant. Nicht wirklich seit Beginn des Kanals. Aber Moment, ich muss mich bremsen, denn das soll auch kein Infovideo über das, was noch kommt werden. Es soll ein reines Dankes-Video, ein Danksagen sein. Und ich glaube, bedanke habe ich, habe ich, kann man gar nicht genug sagen. Habe ich heute Nacht sehr oft gesagt und diesmal danke. Danke für eure Spenden, sage ich vom ganzen, von ganzem Herzen bedanke ich mich für eure Spenden. Und großartig, zacki, Andi und die Frau, die nicht genannt werden möchte, DV. Da ist auch noch mal vor kurzem eine richtig große Sachspende gekommen in Form eines, ich weiß gar nicht wie groß, aber ein wirklich gigantisches Teil, das dann aber nicht unbedingt für den Kanal war. Indirekt aber dann schon, denn die Sache, die dadurch ausgetauscht werden konnte, ja jetzt rede ich um den heißen Brei, also es geht um einen riesen, riesen Flatscreen, den ich geschenkt bekommen habe. Der steht natürlich jetzt woanders, der hätte hier in meinem Arbeitszimmer gar keinen Platz. Aber dadurch, dass der jetzt da ist, kommt natürlich dann hier das, was vorher eben, habe ich gesagt, im Schlafzimmer steht das Ding rum? Es steht woanders, sagen wir mal so. Und das Teil, was da vorher stand, das kommt dann natürlich hier wieder zugute. Also indirekt ist es dann auch für den Kanal gewesen. Also danke an DV. Du möchtest nicht genannt werden. Ich nehme deswegen auch nur die DV, sage ich dazu mal. Und danke, zacki nochmal. Danke, Andi. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch nochmals. Und zwar für euch da draußen, für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.